Hallo, heute gibt es mal ein ungewohnt negatives Video von eurem Sean. Ich habe mir, wie viele andere auch, die Dreams Box von Shindy vorbestellt. Eigentlich fand ich die Idee, einen Rucksack in die Box zu packen ziemlich cool. Allerdings war mir sofort aufgefallen, dass die Verarbeitung des Rucksacks echt zu wünschen übrig lässt. Nach nur zwei Wochen ganz normaler alltäglicher Nutzung ist dann der eine Tragekord des Rucksacks gerissen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass Shindy seinen Fans so einen Dreck verkauft. Und vorher erzeugt er noch zu Unrecht einen riesigen Hype um diesen Müll. Ich bin verdammt enttäuscht. Ich bin verdammt enttäuscht.